so hallo guten abend wir wollen heute uns beschäftigen mit dem thema expansionen was das genau ist erfahren wir gleich ist einfacher als es klingt wir hatten sie erinnern sich zuletzt über resolutionen gesprochen über das eines der möglichen beweisverfahren mit denen man algorithmisch in der prädikaten logisch schlüsse ziehen kann und ich bin gerade dabei ihnen zu argumentieren dass das verfahren funktioniert und dabei hatten wir einen kleinen abspecher gemacht in die welt von jacques erbran dem tragischen begabten jungen mathematiker der mit 23 jahren in den bergen tödlich verunglückt im jahr 1931 und der uns nichtsdestotrotz einige wichtige ideen hinterlassen hat insbesondere die idee dass man semantik auch die komplizierte prädikaten logische semantik syntaktisch irgendwie greifen kann das ist das was wir nutzen wollen und ich erkläre es auch gleich noch einmal kurz wieder in diesem video herzlich willkommen also zurück mein name ist marcus kretsch diese die vorlesungen zum thema theoretische informatik und logik im onlinekurs der tu dresden und beim letzten mal hatte ich ihnen ja schon erklärt wie das resolutionsverfahren im prinzip funktioniert so schwer ist es gar nicht ich kann es noch mal auf einer folie ein bisschen anders darstellen auch zur erinnerung wir haben hier also eine grundlegende regel die resolutions regel das ist eine regel die uns sagt na gut zum einen arbeiten wir natürlich immer auf klauseln in der resolution wir haben vorher diese einfache normalform hergestellt das heißt im prinzip sind alles was wir noch betrachten hier mengen von literalen und diese mengen von literalen werden jetzt miteinander kombiniert und daraus entstehen neue mengen mit hilfe der resolutions regel und die regel funktioniert so wie wir sie schon in der aussage kennengelernt haben wir verknüpfen positive nicht negierte atome die in der einen klausel als literal vorkommen mit negativen also negierten atomen negativen literalen die in der einer anderen klausel vorkommen wenn es möglich ist dass diese positiven und die negativen allesamt gleich gemacht werden ja also man kann die gleich machen das ist das sogenannte unifizieren dabei ersetzen wir variablen mit spezielleren ausdrücken mit anderen termen und wenn uns das gelingt mit einem allgemeinsten unifikator sigma dann dürfen wir also eine neue klausel bilden die 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 so gleichgemachten atome und legierten atome nicht mehr enthält aber alle anderen literale zusammenführt unter der entsprechenden substitution also diese gleichmachung dieser ersetzung hier müssen wir trotzdem durchführen okay das ist die regel die man anwendet und am ende ist sie doch relativ einfach man unifiziert und dann kürzen sich die entgegengesetzten literale und was übrig bleibt ist der ist die klausel die man bestimmt hat mit dieser regel kann man jetzt einen relativ einfachen algorithmus finden zunächst muss man natürlich die klauselform bilden das ist jetzt der algorithmus um erfüllbarkeit oder unerfüllbarkeit einer formel zu untersuchen wir bilden zunächst die klauselform der formel dann wenden wir diese regel an auf der klauselform so lange bis ja also wie lange eigentlich naja entweder bis wir die leere klausel erzeugt haben also die leere menge die wir so notieren hier mit diesem bottom symbol in dem fall wissen wir die formel war unerfüllbar denn das habe ich beim letzten mal schon argumentiert jede klausel die sie auf diese art in irgendeinem schritt herleiten ist eine logische schlussfolgerung aus den den klauseln mit denen sie angefangen haben also aus der formel mit der sie begonnen haben und das bedeutet wenn sie irgendwann diese leere klausel die unerfüllbare formel als logischen schluss erhalten dann heißt das dass die ganze formel mit der sie gearbeitet haben von vornherein unerfüllbarer das ist die eine möglichkeit und die weitaus häufigere mit der der algorithmus terminiert die zweite ist dass in an irgendeiner stelle keine neuen klauseln mehr entstehen das ist schwieriger herzustellen denn zumindest mit dem verfahren wie ich es ihnen hier dargestellt habe kann man doch eine menge klauseln bilden das kennen wir schon aus der aussage selbst da konnten wir eine menge klauseln bilden aber hier durch die anwendung von substitutionen ist die menge der klauseln die entstehen können noch viel größer nämlich unendlich ja man kann immer mehr klauseln bilden gut das heißt also in der regel terminiert dieses verfahren nicht in vielen fällen aber es kann insbesondere immer dann wenn die formel unerfüllbar war diesen fluss auch ableiten in dem fall sollte es terminieren in den anderen fällen wenn die formel erfüllbar war ist die terminierung mehr als fraglich das war auch das was wir schon behauptet hatten in form dieses resolutionssatzes das ist im prinzip dieser das wesentliche ergebnis was uns sagt dass das verfahren so wie es aufgeschrieben ist hier funktioniert es drückt nämlich aus wenn es eine solche formel f prädikatenlopische formel f gibt und ich dann menge für menge ki k0 k1 k2 und so weiter die klauseln bilden die der resolutionsalgorithmus mir gibt dann sind die folgenden aussagen äquivalent f ist unerfüllbar und irgendwann leite ich die leere klausel ab also das ist ja wie sind die wesentliche erkenntnis und die korrektheit die hatte ich schon argumentiert und auch formal gezeigt aber jetzt noch mal kurz wiederholt vollständigkeit also die tatsache dass immer wenn die formel unerfüllbar ist auch garantiert irgendwann die leere klausel erscheint das steht noch aus und dafür wollten wir eben einen blick hinüber werfen zu Herrn erbron der uns dazu ein paar dinge zu sagen hat ja das war schacke erbron ich hatte ihnen das foto schon gezeigt und versprochen dass ich noch bei gelegenheit dazu eine geschichte erzählen werde vielleicht ist das jetzt die beste gelegenheit das zu tun das foto selbst ist tatsächlich nach allem was man rekonstruieren kann im juni 1931 entstanden und zwar in hamburg wieso in hamburg erbron franzose hat auch dort gelebt aber war in diesem jahr in hamburg und allgemein in deutschland unterwegs auf einem stipendium um sich auszutauschen mit den mathematischen größen seiner zeit zunächst hat er mit john von neumann in berlin gearbeitet für eine zeit dann war er in hamburg bei emil artin der als begründer der universellen algebra gilt gemeinsam mit emil nöter und zu der ist er dann als nächstes gefahren in göttingen und ja dann ist er nicht weiß gefahren und ist dort klettern gegangen das foto selbst ist ein foto was lange jahre komplett verschollen war und der weiteren internet gemeinde zumindest auch danach noch unzugänglich blieb ich habe das ganze durch zufall vor ja drei vier jahren entdeckt also so um 2017 herum in einem französischen artikel in einem magazin wurde über erbron berichtet und da war dieses foto als illustration alle anderen fotos zu dieser zeit die man von erbron gefunden hat sind immer das gleiche sehr niedrig auflösende kaum zu entziffernde foto von diesem jungen mann wenn man ihn kennt kann man ihn vielleicht war erkennt unter einem großen schlapphut der vielleicht das war was er zu seinen bergtouren getragen hat also jedenfalls in etwas anderer erscheinung und wie gesagt kaum zu erkennen unter in dieser in dieser groben auflösung und das war das einzige foto was existierte wie kommt es jetzt zu diesem neuen foto das plötzlich wie gesagt auf französisch im internet zu finden war das ließ sich zum glück über den artikel halbwegs ermitteln es ist nämlich so dass dieses foto offenbar gemacht wurde von frau natascha artin brunswick die nämlich die wie man am namen erkennen kann frau von emil artin war bei der also herr erbron in dieser zeit sich aufgehalten hat sie selbst studierte mathematikerin zu dem zeitpunkt als das foto entstanden war ein jahr jünger als erbron ja sie sehen die geburtsdaten das heißt also sie die jüngere die hier fotografiert und er weiß wo irgendwo in hamburg vielleicht auf dem im garten der artins vielleicht wo anders diesen gast aus frankreich ablichtet sie selbst hat danach auch noch viele andere dinge erlebt also sie können sich vorstellen 1931 sie ursprünglich aus russland stammende ähm tochter eines jüdischen vaters wenn ich mich recht entsinne und einer russischen mutter also als halb jüdin angesehen im dritten reich ähm was auch dazu geführt hat dass emil artin dann ähm äh seine äh schon 1934 äh erklärungen unterzeichnen musste bezüglich dann nicht arischen abstammung seiner ehefrau und dann auch äh nicht mehr lernen konnte in hamburg und letztlich 37 sind sie dann ähm geflüchtet ähm zu der zeit noch offenbar unter ähm umständen die es ihnen erlaubten eine menge dinge mitzunehmen nur nicht geld aber äh immerhin eine menge ihres haushaltes und hausstandes äh transportieren zu lassen und in er in diesem hausstand sind eben irgendwie auch die alten fotografien von hamburg äh mitgekommen die äh nicht viel betrachtet waren zu dem zeitpunkt die negative ähm übrigens die kamera selbst hat er wohl zur hofzeit ihr geschenkt ne äh alte leica äh mit der hat sie die fotos auch gemacht von von vielen architektonischen äh besonderheiten in hamburg es gab sogar mal eine ausstellung in 2001 darüber in hamburg ähm dass es dazu kam liegt letztlich daran dass ihr sohn tom äh thomas artin äh irgendwann auf dem dachboden diese alten äh negative entdeckt hat und dann äh durchgegangen ist und gesehen hat dass viele interessante architektur aufnahmen aus alter zeit und da eine ähm äh ausstellung äh ins leben gerufen hat mit der stadt hamburg zusammen und äh sie war dann selbst sogar noch äh persönlich aus new york dort angereist ähm ähm dass also diese die geschichte dieser 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 fotos die jahrzehntelang irgendwo in einem äh in einer kiste auf dem dachboden so stelle ich mir jedenfalls vor gelagert haben und äh so dass niemand äh ein klares bild von jacques abon hatte ähm ich bin glücklich gewesen also leider äh frau brunswick selbst konnte ich nicht mehr anschreiben denn wie sie sehen ist sie in 2003 verstorben aber ihr sohn einer ihrer söhne ist äh mathematiker am mit äh gewesen hat war auch schon emeritiert äh nach einer langen äh erfolgreichen karriere in der mathematik äh der andere sohn tom ist fotograf geworden also man sieht beide äh leidenschaften sind irgendwie den kindern äh äh verkörpert äh und ähm ja wie dem auch sei den mit professor konnte man leicht per e mail erreichen und ich äh bin also dann an die herangetreten und äh thomas artin hat mir dann freundlicherweise diese bilder zur verfügung gestellt ähm zunächst dieses bild aber im anschluss auch dieses und beides sind jetzt äh unter freier lizenz auch auf wikipedia verfügbar so dass wir glücklicherweise alle samt ein äh besseres bild von diesen persönlichkeiten aus dem 20 jahrhundert haben die doch einiges beigetragen haben zur entwicklung der ähm logik und mathematik ja ähm frau brunswick frau artin brunswick hat auch äh lange jahre im dienst der american mathematical society als ähm verlegerin äh an denen der erstellung der fachjournal dort mitgearbeitet und ich glaube ich auch ehrenmitglied dort ja also ähm äh ja spannender langer weg für ein foto was ein monat vor diesem tragischen tod äh des jungen manns aufgenommen wurde okay ähm so viel zur geschichte wollen wir mal ein bisschen zurück zu unserer logik was war es eigentlich das hatte ich beim letzten mal schon erklärt was erbron uns erzählt hat die idee hier ist syntax kann benutzt werden um semantik zu fassen wir können mit dem was man als formel schreiben kann ausreichend detailliert äh unterschiede fassen zwischen der bedeutung von formeln zwischen der semantik und konkret lief das so ab dass er von interpretationen nur solche elemente enthielten die auch syntaktisch darstellbar waren das heißt die erbron interpretation haben ja ja mal als elemente die man bilden kann aus funktionssymbolen aus skolem funktionssymbolen insbesondere die eingeführt werden um existenzquanturen loszuwerden und konstanten und man nimmt nur diese thema rein syntaktische ausdrücke formeln wenn sie so wollen oder naja nicht formeln ja sie wissen weil ich meine thema ist der korrekte ausdruck eine formel wird es erst wenn man es in ein prädikat packt und daraus ein atom macht oder die atome dann kombiniert diese thema jedenfalls sind die elemente der domäne dieser interpretation und die interpretation selbst interpretiert dann terme der formeln 1 zu 1 indem sie diese elemente verwendet also ein term der keine variablen enthält wird genau als eben dieser term in der domäne interpretiert ok prädikate kann man immer noch interpretieren wie man möchte das heißt welche terme jetzt genau in beziehungen stehen das kann unterschiedlich sein und es gibt viele erbron interpretationen manche davon sind vielleicht modelle manche nicht ok und was ich ihnen jetzt gesagt hatte beim letzten mal war zunächst einmal wir haben dieses lemma gesehen was uns zeigt wie eng die syntax und die semantik hier zusammenhängen die semantik auf dieser seite ist das wo wir eine variable durch einen terma setzen also eine variablen zuweisung hier ergänzen mit dieser oder abwandeln mit dieser variablen zuweisung x geht nach t und die syntax entsteht wenn wir das ganze auf die andere seite bringen und das jetzt nicht mehr als variablen zuweisung sondern als substitution verstehen die also alle vorkommen von x in f durch t ersetzt und das ist equivalent diese beiden ausdrücke das ist also eine einfache art syntax und semantik in bezug zu bringen und mit hilfe dieser aussage konnten wir dann zeigen dass in ein satz in scholen form genau dann erfüllbar ist wenn er ein erbron modell hat also wenn es eine erbron interpretation gibt die diesen satz erfüllt und das war etwas besonderes denn es sagt uns ja erfüllbarkeit heißt ja letztlich es gibt irgendein modell und mit diesem satz können wir jetzt sagen irgendein modell so allgemein müssen wir gar nicht darüber nachdenken es reicht aus irgendein erbron modell zu haben das ist ja eine viel speziellere art von modellen ja die haben eine ganz fest vorgegebene domäne da wissen wir auch schon die domäne kennen wir schon wenn die formel bekannt ist ist die domäne bekannt die mag unendlich sein aber sie lässt sich sehr einfach systematisch beschreiben und wir wissen schon dass es ein modell über dieser domäne geben muss und das ist natürlich ein riesen in riesen fortschritt ja weil wir wissen welche elemente überhaupt eine rolle spielen können welche domain elemente und dann geht es nur noch darum herauszufinden wie man die verknüpfen muss um ein modell zu halten gut das also ist die wichtige erkenntnis die wir bisher gewonnen haben und jetzt möchte ich in diesem video noch zum abschluss auch ein bisschen was neues machen nachdem ich jetzt bisher wiederholt habe und 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 geschichten erzählt und ich wollte reden über erbron expansionen und erbron expansionen sind eine relativ nah verwandte idee zu der idee der erbron interpretationen interpretationen waren also die modelle die nur thema aus dem erbron universum verwenden erbron expansionen jetzt sind formelmengen die man erhält wenn man thema aus dem erbron universum auch einsetzt für die variablen die in einer formel in skulem form vorkommen wobei wir die quantoren die allquantoren wie immer beim ersetzen uns wegdenken konkret sieht das so aus wie hier dargestellt die erbron expansion he von f einer formel f die so aussieht für alle x1 bis xn gilt g in skulem form ja das ist die skulem form diese erbron expansion von f ist die hier gezeigte menge es ist die menge aller formeln die ich erhalte wenn ich gehe nehme das ist der innere teil ohne die quantoren und in g x1 bis xn das sind gerade die ganzen variablen die darin vorkommen ersetze durch terme t1 bis tn die ich aus der erstem erbron universum entnehmen also das heißt ich habe hier sehr viele formeln nämlich für jede belegung mit termen t1 bis tn erhalte ich eine andere formel sind also ziemlich viele formeln genauer gesagt durchaus unendlich viele weil ja in der regel auch das erbron universum unendlich ist in vielen fällen ja es gibt ausnahmen aber in den meisten fällen ist das erbron universum unendlich und in diesen fällen gibt es natürlich auch unendlich viele solche listen von termen und für jede davon würde ich hier eine instanziierte formel kriegen das hier sieht im prinzip so aus ja skolim form ist noch nicht ganz die klausel form aber sie könnten auch eine klausel form nehmen die sie sich hier an der stelle vorstellen dürfen und wir haben also meinetwegen eine konjunktion von disjunktionen von literalen und in den literalen ersetzen sie jetzt alle variablen durch irgendeinen skolim term aber auf die gleiche art und weise ja überall mit dem gleichen term so entsteht die erbron expansion ok das heißt also wir sehen auch leicht durch durch substitution wie hier wird natürlich auch die aussage spezialisiert ja hier steht ja schon die aussage geht für alle werte von x1 bis xn das heißt insbesondere gilt sie auch für den fall dass ich x1 mit t1 ersetze und xn und so weiter also das sind alles dinge die aus der allgemeinen aussage folgen und all diese instanziierten variablen freien formeln die ich ja in der erbron expansion haben habe müssen also in erbron modellen von f gelten sonst ist das kein modell ok so weit so gut warum machen wir das naja das ziel sie sehen schon ist irgendwie die variablen wegzukriegen wenn wir so eine erbron expansion haben haben wir aus einem kleinen endlichen formeln mit variablen haben wir eine liste unendlich vieler und eine menge unendlich vieler formeln erzeugt die aber allesamt variablen frei sind und variablen freie formeln das ist doch im prinzip schon fast nicht mehr prädikaten logik nicht wahr wenn ich keine variablen habe keine quanturen nur noch atome in denen konstanten oder abgeschlossene variablen freie terme vorkommen dann ist doch das was von der logik bleibt eigentlich nur noch der aussagen logische teil wenn ich nicht quantifizieren kann und das ist tatsächlich die idee mit erbron expansionen können wir die erfüllbarkeit von einer formel in skullen form auf die erfüllbarkeit einer menge von aussagen logischen formeln reduzieren das funktioniert so dass wir letztlich vor allem erkennen müssen quantoren freie sätze sind letztlich also quantoren freie variablen freie sätze wenn sie quantoren frei sind und sätze dann können sie überhaupt keine variablen enthalten weil sätze sind ja welche sind ja formeln in den variablen nur nicht frei vorkommen und wenn sie quantoren frei sind kommen gar keine davor okay also variablen freie sätze sind letztlich nichts weiter als aussagen logische formeln das heißt die erbron expansion von f enthält formeln ohne variablen das heißt bursche kombinationen geschlossener atome geschlossen nennt man also eine formel wenn sie eben keine freien variablen enthält wenn sie ein satz ist aber bei einem geschlossenen atom das ist also eins was was überhaupt keine variablen enthält geschlossene atome können unabhängig voneinander wahr oder falsch sein egal wie ihre genaue struktur aussieht ja das ist auch eine wichtige erkenntnis ich kann natürlich sowas haben wie p von a und ich habe p von b wobei p a und b konstanten sind und das sind natürlich irgendwie verwandte atome ja beide beziehen sich auf das prädikat p aber ob p von a war ist und ob p von b war ist das kann ich völlig unabhängig voneinander festlegen in einer interpretation und so ist es mit allen relationen oder allen prädikaten die ich haben kann auch wenn sie mehrstellig sind und auch wenn ich funktionssymbole mit verwenden darf da das hier keine variablen gibt überlappen sich die aussagen die durch ein solches geschlossenes atom gemacht werden in keinster weise mit denen irgendeines anderen atoms was sich nur an irgendeiner stelle unterscheidet das heißt diese atome auch wenn da variabel auch wenn der parameter vorkommen und klammern noch gesetzt sind sind letztlich nichts weiter als propositionale atome also sie können eben wahr sein oder falsch und das kann ich beliebig festlegen und mehr muss ich über sie nicht wissen wir können sie also als ungewöhnlich benannte aussagen logische atome auffassen und die gesamte formel aussagen logisch interpretieren und damit unter dieser sicht ist also die aprons expansion eine aussagen logische theorie eine möglicherweise unendliche aussagen logische theorie das ist natürlich eine besonderheit die wir bisher nicht näher betrachtet haben bei der aussagen logik waren auch alle formeln immer endlich aber hier könnte es unendlich sein okay was machen wir jetzt mit diesen ideen das wichtige was wir jetzt damit tun können ist diesen satz hier zu erkennen der gögel erbran und skolem zugeschrieben werden kann die das in mehr oder weniger unabhängig voneinander erkannt haben und zwar kann man sagen eine formel f in skolem form ist genau dann erfüllbar wenn die aprons expansion von f aussagen logisch erfüllbar ist ja also was heißt dass die skolem form erfüllbarkeit wissen wir ja schon ist äquivalent zur erfüllbarkeit in aprons interpretation also zur existenz eines aprons modells und jetzt gehen wir noch einen schritt weiter und sagen ja existenz eines aprons modells ist genau gleich bedeutend mit existenz einer wahrheitswerte zuweisung die auf dieser unendlichen menge von grundinstanzierten formeln die ich in der aprons expansion gebildet habe indem ich die aprons terme da eingesetzt habe in die formel wenn so eine wahrheitswerte zuweisung existiert die formeln alle wahr macht das ist also das gleiche und das ist vielleicht erst mal wenn man einen schritt zurück geht nicht mal überraschend ja nicht mal so unintuitiv denn die formel lautet ja für alle x soll das g gelten für alle möglichen werte von x und jetzt setzen wir einfach alle möglichen werte die es in der aprons interpretation überhaupt geben kann syntaktisch dort ein das ist also irgendwie verständlich dass das das gleiche ausdrückt ja wenn man einmal belegt hat dass es ausreicht der präsentationen zu betrachten das ist natürlich die die das was wir heraus nutzen okay wie wollen wir das also beweisen na ja wie schon gesagt wir können ja wenn wir über erfüllbarkeit allgemein sprechen schon uns gleich von vornherein auf aprons modelle beschränken das heißt wir können zeigen dass die eine formel f in schulem form genau dann ein aprons modell hat wenn die aprons expansion von f aussagenlogisch erfüllbar ist und wenn man die äquivalenz davon gezeigt hat dass der erste teil äquivalent ist zur erfüllbarkeit allgemein das haben wir letztes mal schon gesehen okay das wollen wir also zeigen das heißt ich beginne mal mit der einen seite ich gehe mal davon aus dass i ein solches aprons modell ist also was passiert wenn das gegeben wäre das ist mal das womit ich starten will und ich möchte zeigen dass daraus folgt dass die aprons expansion erfüllbar ist und umgekehrt dass die implikation auch in die richtung rückrichtung funktioniert und das gelingt mir in einem zug ich sehe nämlich dass also i ein aprons modell von f ist genau dann wenn i mit der variablen zuweisung x1 geht nach t1 bis xn geht nach tn den inneren teil g erfüllt für alle werte für t1 bis tn das ist einfach die bedeutung der allquantoren ja das heißt es muss für alle werte gelten aber in dem fall sind alle werte einfach alle termen weil ich ja in einer aprons interpretation bin gibt es ja nichts anderes das sind meine deltas meine domäne elemente sehen jetzt so aus t1 bis tn okay und sie sehen schon wo das hinläuft ich kann jetzt diese variablen zuweisungen für die das gelten muss auf die andere seite bringen das war unser lemma was uns syntax und semantik zusammengebracht hat was heißt also das gilt genau dann wenn i g erfüllt mit einer beliebigen ersetzung der x substitution der x durch terme t1 bis tn und ja wenn i für alle diese ersetzungen g erfüllt dann erfüllt es eben alle formeln die in der aprons expansion von f enthalten sind das heißt für alle solche formeln h gilt i impliziert h weil das so ein g mit der ersetzung angewendet ist letztlich nur irgendeine ein h aus der aprons expansion die müssen alle darin vorteil und das ist jeweils immer genau dann wenn sie können das so von oben nach unten aber auch von unten nach oben lesen der schluss bleibt gültig okay und letzter schritt den ich hier noch gehen muss das beruht auf dem was ich gerade argumentiert habe dass nämlich natürlich wir dann in dem fall das als aussagenlogisches modell für diese theorie als aussagenlogische theorie verstanden ansehen können das ist einfach nur ein perspektivwechsel zwischen der interpretation die eine variablenfreie theorie wahr macht und einer wahrheitswerte zuweisung die eine propositionale theorie wahr macht okay mit ungewöhnlich benannten atomen okay das ist also der beweis dieses satzes sie sehen ist eigentlich ganz einfach wenn man den vorigen satz von aprons schon hat mit dem apromodell und sie sehen wie wie ich wie für sich das jetzt hier läuft okay was es also gebracht hat jetzt das zu machen ist dass wir erfüllbarkeit nicht nur auf apromodelle reduziert haben sondern wir haben erfüllbarkeit in gewisser weise auf aussagenlogische erfüllbarkeit reduziert und das hilft uns weiter denn als naja corolla der ergebnisse die wir bisher haben wobei das stimmt vielleicht nicht ganz weil ich nicht alles dafür ausführlich gezeigt habe erhalten wir den satz der sagt eine formel f in scolem form ist genau dann unerfüllbar wenn eine endliche teilmenge der erbranche expansion aussagenlogisch unerfüllbar ist was ist der unterschied jetzt wir hatten im letzten satz hatte ich gesagt eine formel in scolem form ist erfüllbar wenn ihre expansion aussagenlogisch erfüllbar ist die umkehrung gilt natürlich auch eine aussagen eine formel in scolem form ist unerfüllbar wenn ihre erbranche expansion unerfüllbar ist aber was jetzt hier hinzu kommt in diesem satz ist sie ist unerfüllbar wenn eine endliche teilmenge ihrer erbranche expansion aussagenlogisch unerfüllbar ist das heißt wir sind jetzt nicht nur von prädikaten logik allgemein zu erbranche oder zu unendlichen aussagenlogischen theorien gekommen sondern wir sind jetzt plötzlich bei endlichen aussagenlogischen theorien und da wird es dann langsam wieder greifbar jetzt können wir wieder anfangen damit zu arbeiten das gibt hoffnung auf algorithmen ja wenn man weiß eine endliche teilmenge dieser expansion reicht schon aus um unerfüllbarkeit zu zeigen dann kann man darüber nachdenken wie ein algorithmus diese und diese endliche teilmenge finden kann das ist also ein entscheidender schritt für die implementierung für die algorithmisierung dieses problems was erstmal ziemlich vage und unentscheidbar oder unentscheidbar ist natürlich so und so aber auch irgendwie unimplementierbar schlecht greifbar scheint ja also die die semantik ist erstmal rein mathematisch deklarativ ganz ganz generell definiert ohne dass ich so richtig wüsste wie ich wie ich daran komme und jetzt haben wir es immer syntaktischer und syntaktischer gemacht bis wir am ende beim algorithmus sein werden okay das ist also wie ich behaupte so gut wie ein korollat der dinge die wir schon wissen wie beweist man das im prinzip naja die grundsätzliche idee ist natürlich die die wir gerade schon besprochen haben also ich hatte ihnen das schon erklärt das kontrapositiv des satzes von gödel werbran und scholen besagt ja schon dass eine formel f in scholen form genau dann unerfüllbar ist wenn die braunexpansion von f aussagenlogisch unerfüllbar ist das ist der vorige satz bloß mit unerfüllbarkeit statt erfüllbarkeit bei genau dann wenn wird nicht mal die seite sich tauschen also ich negiere einfach die ganze formel die ganze beide seiten der formel und unterhalte immer noch das gleiche oder immer noch eine wahre aussage also unerfüllbarkeit genau dann wenn aussagenlogisch unerfüllbar und damit haben wir aber erstmal nur die aussagenlogische unerfüllbarkeit einer unendlichen formelmenge wie kommen wir jetzt auf die endliche teilmenge naja das ist eine allgemeine eigenschaft der aussagenlogik die ich jetzt nicht vollständig hier beweise aber man kann allgemein feststellen jede unerfüllbare aussagenlogische formelmenge selbst wenn sie unendlich ist hat eine endliche teilmenge die unerfüllbar ist diese eigenschaft nennt sich kompaktheit der aussagenlogik ohne beweis kompaktheit wenn man das allgemein bei logiken wenn also dinge die folgen auch aus endlichen teilmengen einer theorie folgen müssen also alles was folgt folgt aus endlich großen teilmengen gibt auch in anderen bereichen der mathematik diese idee von kompaktheit in der aussagenlogik sind wir schon ganz dicht dran das gezeigt zu haben ich hatte nämlich nur einmal über die vollständigkeit der aussagenlogischen resolution ihnen schon einiges erzählt also warum ist das ein vollständiger algorithmus und das resolutionsverfahren für aussagenlogik behaupte ich jetzt bleibt vollständig wenn sie mit unendlichen aussagenlogischen formelmengen arbeiten das ist natürlich jetzt erstmal nicht komplett praktisch irgendwie muss diese menge ja gegeben sein aber wir sehen hier auch an der expansion dass man durchaus systematisch mit einem computer eine unendliche menge an formeln generieren kann nach bedarf ja also ich kann die expansion berechnen schritt für schritt natürlich nicht vollständig aber ich kann jeden teil davon bei bedarf ermitteln und insofern könnte ich auch resolutionsschritte darüber ausführen also aussagenlogische und was ich jetzt behaupte ist dass die resolution so wie wir sie bei aussagenlogik schon kennengelernt haben ohne substitution ohne das ganze kommt und die komplikationen die wir in der praktikaten logik gesehen haben dass diese einfache resolution schon vollständig wäre selbst dann wenn sie für unendliche formelmengen angewendet wird mit anderen worten wenn die unendliche formelmenge unerfüllbar ist wird das resolutionsverfahren das nach endlicher zeit feststellen mit einer leeren klausel und wenn das nicht so ist also wenn das keine leere klausel abgeleitet wird aus all diesen formeln dann ist die formelmenge auch die unendliche formelmenge erfüllbar und im wesentlichen damit um zu zeigen dass wirklich jeder widerspruch gefunden wird es ist ja erstmal klar kompaktheit folgt in dem moment wo ich das gezeigt habe denn das resolutionsverfahren kann natürlich an irgendeiner stelle des verfahrens immer nur endlich viele dinge in betracht gezogen haben ja nach endlicher zeit hat man nur endlich viele klauseln angeschaut und nur mit endlich vielen klauseln resorventen gebildet das heißt wenn man es schafft irgendwann eine leere klausel abzuleiten dann hat man das aus einer endlichen teilmenge gecharpt sonst hätte man ja es geht nicht man kann nicht mit endlich vielen schritten und endlich viele teilmengen formeln verarbeiten okay also wenn es tatsächlich immer gelingt einen widerspruch zu finden dann findet man ihn endlich man muss also sich jetzt nur die vollständigkeit noch mal anschauen ja wieso weiß ich denn dass ich garantiert einen widerspruch finden muss wenn das ganze unerfüllbar ist und dafür argumentiert man wieder dass wenn ich eine menge habe die abgeschlossen ist unter resorventen bildung also wo ich schon alle möglichen resorventen mit betrachte das sind natürlich bei unendlich vielen klauseln wieder erst recht unendlich viele ja aber mathematisch kann ich mir vorstellen wenn ich also so eine menge von resorventen habe und darunter ist keine leere klausel dann kann ich aus diesen resorventen wieder ein aussagenlogisches modell finden eine wahrheitswerte zuweisung konstruieren die tatsächlich die theorie wahr macht also das ist im prinzip und das funktioniert so ähnlich mit bisschen vorsicht weil man ja mit unendlichkeit zu tun hat in der argumentation wie das was ich ihnen schon einmal in den videos formal systeme das war formale sprachen und automaten ist die video gezeigt hatte also da kann man sowas konstruieren im prinzip ok also aussagenlogik ist kompakt und damit bekommen wir dieses endliche ergebnis und diese endlichkeit okay und damit sind wir schon an dem punkt an dem man in den 1930er jahren dann angekommen war dass man nämlich erkennen kann es gibt ein vollständiges und korrektes beweisverfahren für prädikaten logik eine semi entscheidungsprozedur für unerfüllbarkeit nämlich die implementierbar wäre aber das war natürlich zu der damaligen zeit kein kein thema in dem seien es war gegenstand der mathematik das zu untersuchen man hat noch nicht an informatik gedacht viel wie könnte man das jetzt mit diesen ergebnissen semi entscheiden naja wir müssen einfach nur systematisch nach einer unerfüllbarkeit in der aprons expansion suchen wird das können wir nicht in einem schritt machen die aprons expansion ist ja unendlich groß aber wir können sukzessive immer größere teile der aprons expansion anschauen und sehen ob wir mit denen eine unerfüllbarkeit beweisen können also wie wir das im prinzip gehen wir würden mit einer formel f starten die dann in skolem form f strich umwandeln und dann eine reihenfolge und definieren auf der aprons expansion von f strich das ist eine absehbare menge ja das heißt wenn sie unendlich sein sollte kann man erkennen dass das eine absehbare menge sein muss weil ich weiß eine menge aus endlichen formeln ist ja und menge endlich mengen endlicher strings sind absehbar wenn sie die strings über einem endlichen alphabet gebildet werden unendlich können sie sein aber absehbar werden sie sie könnten sie zum beispiel aufreihen die formeln indem sie sie einfach nochmal lexikografisch ordnen nach der oder nach länge und dann lexikografisch in in gruppen der gleichen länge so wie wir es schon manchmal gemacht haben okay also sie können sie irgendwie in der reihenfolge bringen und dann können sie natürlich auch die it formel in dieser liste generieren ja das lässt sich auch bewerkstelligen systematisch dass sie die formeln von kurz nach lang erzeugen und entsprechend ordnen und dann wissen sie welches die it ist und was sie jetzt tun können ist für alle größer gleich eins das ist also eine schleife die nicht unbedingt terminiert wir gehen immer höher schauen wir die endliche menge f1 bis fi an also nur einen endlichen vorderen teil dieser erbranche expansion und prüfen ob diese aussage logisch unerfüllbar ist das können wir mit irgendeinem verfahren machen wir können eine wahrheitswertetabelle aufschreiben wir können resolution machen wie auch immer und falls das der fall ist dann geben wir unerfüllbar aus ansonsten nicht dann gehen wir zum nächsten i und schauen mal ob mit einer weiteren formel der erbranche expansion unser glück sich vergrößert das ist natürlich offenbar kein praktischer algorithmus ja also wenn sie das implementieren verschwenden sie ihre zeit das funktioniert überhaupt nicht also der algorithmus hat keinerlei hoffnung in irgendeinem praktischen fall ein problem zu lösen das ist eine rein mathematische überlegung um zu zeigen dass es überhaupt dem ihr entscheidbar ist das problem warum ist es nicht praktisch naja weil es überhaupt nicht zielgerichtet ist wir suchen in keinster weise nach einem beweis sondern wir gehen blind alle kurzen grundinstanzen dieser formeln durch und versuchen dann zu zeigen dass diese unerfüllbar sind zusammen genommen ohne sich ohne uns zu überlegen welche davon überhaupt relevant sein könnte und warum das ist ziemlich ziemlich hoffnungslos das so zu schaffen aber mathematisch reicht es um die semi entscheidbarkeit zu etablieren okay das haben wir also schon geschafft erbranche expansionen im prinzip die grundidee prädikaten logik wird zu aussagen logik reduziert und mal abgesehen von dem nutzen den das jetzt für uns hat wenn wir hier resolution korrekt erkennen wollen dann hat es natürlich auch den wichtigen effekt dass es vielleicht für uns ein bisschen eine intuition noch verstärkt wie prädikaten logik so tickt also wie man mit dieser logik arbeiten kann zum beispiel ja das ist im prinzip sieht man sich schon vorstellen kann zumindest einen gewissen grad dass die quantoren eine art kurzschreibweise sind für unendliche propositionale form wir wissen dass das nicht ganz hundertprozentig so stimmt dass die ergebnisse die wir jetzt gezeigt haben für die schulem form gelten und nicht unbedingt für andere formeln wenn existenzquantoren vorkommen dann reicht das erbranche universum unter umständen nicht aus um alles zu tun was man da tun muss mit den elementen die man hat aber für allquantoren zumindest trifft das zu und ich hatte ja schon mal an anderer stelle gesagt dass man in allquantos sich als eine unendliche konjunktion vorstellen kann ja wenn ich sage für alle werte von x dann kann ich auch sagen für den ersten wert und für den zweiten wert und für den dritten wird nur dass es eben so ist dass wir in der prädikaten logik allgemein nicht wissen was was der erste und der zweite oder dritte wert überhaupt sein soll könnte eine interpretation haben bei der die domäne die realen zahlen sind da gibt es so was nicht aber mit erbranche wissen wir es ja erbranche gibt uns diese idee des ersten zweiten und dritten wert ist und wir können wirklich eins zu eins einen allquantor in eine riesige konjunktion übersetzen und das ist genau was die erbranche expansion macht okay gut jetzt habe ich es von vielen richtungen erklärt ich hoffe sie haben es gut verstanden und als nächstes wollen wir nachdem wir dieses etwas unpraktische entscheidungsverfahren sehen wir entscheidungsverfahren hier kennengelernt haben noch einmal das alles zusammenbinden um die vollständigkeit der resolution zu beweisen und damit das abzuschließen zu diesem verfahren und dann geht es auch mal in andere richtungen weiter bis dahin tschüss und auf wiedersehen so